Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Servus und hallo und willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal mit einer Niederlage, leider mal wieder gegen Frankfurt. Leider, 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 leider Niederlage. Und meinem Kollegen Johannes Graf, hallo. Servus. Mein Name ist Florian Eiserle und wir sprechen über das 1 zu 3 in Frankfurt, wo ich mir das angeschaut habe und mir gedacht habe, Sabalot in der ersten Halbzeit, was ist das für eine abgezockte, coole FCA-Truppe, die all das macht, was der FCA zu besten Zeiten gemacht hat. Früh draufgehen, stören, schnell umschalten, aggressiv, effektiv sein. Und genauso hat er in der zweiten Halbzeit mal ein anderes Gesicht gezeigt. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise ist es ja eher so, dass man die erste Halbzeit verpennt, potenziellerweise eher, und dann in der zweiten Halbzeit auftritt. Und genauso wie mit Hin- und Rückrunde das ja oft sich so verhält. Wie hast du es denn erlebt, Yoga, der du im Stadion warst in Frankfurt? Ja, also so komplett recht gebe ich dir jetzt in dem Fall nicht, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der FCA so ein bisschen wie früher gespielt hat, so dieses klassische Umschaltspiel, das immer Markus Weinzierl geprägt hat. Also man hat sich schon relativ tief gestaffelt, hat dann wirklich versucht, über ganz schnelle Gegenangriffe zum Ziel zu kommen. Hat ja dann auch funktioniert bei dem Tor von Ruben Wagers. Das hätte dann auch beinahe das zweite Mal funktioniert, als Philipp Tietz dann nur ganz knapp am Ball vorbeigegrätscht ist. Dann wäre es 2-0 gestanden. Aber da gebe ich dir schon recht, der FCA hat wirklich in der ersten Hälfte das super umgesetzt. Hat auch die Frankfurter wirklich da gehabt, wo er sie haben wollte. Also es war im Stadion zu spüren, wie unzufrieden die Fans waren. Zu hören. Zu hören vor allem auch. Also Frankfurt hatte ja vor der Pause nochmal kurz diese Chance von Mamouche, der wirklich noch ganz knapp am Pfosten vorbeischießt. Aber das hat auch nichts daran geändert, dass sie mit einem gellenden Pfeif-Konzert in die Kabine verabschiedet worden sind. Und tatsächlich war die Chance da, nochmal so einen richtig schönen Kuh zu landen. So nennen wir es jetzt mal im Kampf um den Europapokalplatz. Aber dem gegenüber stand dann leider wirklich eine sehr, sehr schwache Phase nach der Pause. Diese 15, 20 Minuten, die dann auch letztlich den Punkt gekostet haben. Ja, und dann sind wir doch gleich bei der Frage, was ist denn in der zweiten Halbzeit eigentlich schiefgelaufen? Also Frankfurt hat umgestellt, klar. Und der FC Augsburg war auf einmal dann seltsam passiv. Wie kannst du dir das erklären? Wie kam das zustande? Einerseits kann ich es mir dadurch erklären, dass natürlich schon sehr viele Spieler angeschlagen waren. Und die wirklich unter der Woche wenig trainieren konnten. Ruben Wagers ist so ein Beispiel. Auch Christian Jakic, der, finde ich, jetzt ausgerechnet in Frankfurt bei seinem Stammverein eines seiner schlechtesten Spiele bisher für den FC Augsburg gemacht hat. Aber ich glaube, das hat einfach Kraft gekostet, diese erste Hälfte, die schon sehr intensiv war. Und wenn die dann unter der Woche nicht so ein richtig ausgeprägtes, langes, gutes Training hatten, dann sind die Spieler einfach irgendwann platt. Also Vargas war auch in der Halbzeit eigentlich schon platt, hat dann Trainer Jastorup nach dem Spiel erklärt. Man hat sich dann darauf geeinigt, noch so 15 Minuten und dann spätestens runter. Und auch bei Jakic war es so, dass der einfach relativ kaputt war. Und wenn du natürlich diese Wege dann nicht mehr laufen kannst, die Frankfurter haben es dann auch sehr gut gemacht. Die haben den Ball laufen gelassen. Die haben wirklich, gerade über Mario Götze, der einfach immer noch ein super Ideengeber ist, haben die das wirklich gut aufgezogen, das Spiel. Und das war dann so der Grund, warum das Spiel gekippt ist. Augsburg hatte dann keinen Zugriff mehr. Und dann waren die Tore letztlich eigentlich nur eine Folge des Spielverlaufs. Ja, wobei da jetzt natürlich manche Vereine, die unter der Woche immer noch spielen, sagen würden, wie können die nicht ausgeruht sein? Die hatten doch sechs Tage Zeit. Ja, zwischen ausgeruht und du bist verletzt, angeschlagen, kannst nicht richtig trainieren. Das ist schon ein Unterschied. Und dann muss man sagen, hat natürlich auch die Qualität der Frankfurter eine Rolle gespielt. Die haben schon wirklich gute Spieler auch. Der FCA konnte das dann im Kollektiv nicht mehr auffangen. Vorrup hat dann umgestellt, hat dann versucht, der Mannschaft zu helfen, indem er auf eine Dreierkette umstellt. Das hat dann auch geholfen, um zu stabilisieren. Aber letztlich hat dann auch in der Offensive die Durchschlagschaft gefehlt, um das Ganze nochmal auszuleiten. Das ist ein Punkt bei dieser Dreierkette. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich bin echt immer kein Fan der Dreierkette, weil klar hast du da eine Defensivstabilisierung oft, weil du natürlich fünf statt vier Verteidiger auf der letzten Reihe hast. Aber der Punkt ist halt auch der, dir fehlt halt auch ein Kreativer im Mittelfeld weiter vorne. Das hast du halt auch gemerkt, dass da eigentlich, klar, man hatte dann, sagen wir mal, Offensiv Frankfurt ein bisschen besser im Griff, aber es kam halt nach vorne auch relativ wenig nur noch durch. Ja klar, es ist immer so, dir fehlt einer im Mittelfeld. Ich bin, wie du, auch ein großer Freund von dieser Viererkette, die im FC Augsburg ja wirklich auch sehr gut funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass dann einfach ein offensiver Spieler fehlt. Dann hat Vargas natürlich auch gefehlt. Der momentan ist wirklich in einer sehr guten Form. Der war auch in den vergangenen Spielen oft an Toren beteiligt. Und das hat man dann auch gemerkt, dass der dann auch gefehlt hat. Also da kam vieles zusammen. Letztlich muss man einfach sagen, es war ein verdienter Sieg der Frankfurter. Ja, durchaus, durchaus, ja. Und Schlüssel wirklich, Mamouche fand ich sensationell. Also der wusste man ja auch vorher schon, dass der durchaus was kann, dass der kicken kann. Ist, glaube ich, auch gerade der beste Torschütze der Frankfurter. Aber auch so, ich glaube, mit der Körpertäuschung beim 2 zu 1, wo er einfach sie einfach wegdreht und dann zwei Augsburger aussteigen. Das war stark. Und dann, gut, das 3-1 war dann nicht mehr so ganz schwierig am Schluss zu machen, ohne Torwart im Tor. Aber auch da spekuliert er natürlich drauf und hat dann auch noch die Power in der 90. Minute, dann nochmal so einen Sprint anzuziehen und drauf zu spekulieren, dass Pedersen diesen Ball da verliert. Und das ist schon richtig gut, richtig, richtig gut von Arbus gewesen. Ja, ist auch nicht so der klassische Stoßstürmer, sondern schon eher so ein wendiger, quirliger, der so immer sich so ein bisschen zwischen den Reihen bewegt. Und da hat er die Augsburger wirklich vor Probleme gestellt. Und deswegen, ja, wie gesagt, die Qualität der Frankfurter ist schon auch hoch. Und da merkt man schon noch, dass ein Step dazwischen ist, zwischen Frankfurt und Augsburg. Auch wenn man sich in der Tabelle eigentlich auf Augenhöhe bewegt hat. Da fragt man sich sowieso, warum die jetzt auch noch den Demirovic sparen wollen, der ja ein laut Krösche sehr, sehr interessanter Spieler ist. Ich finde ihn auch sehr, sehr interessant. Aber natürlich, wenn man sich für Europa qualifiziert, dann braucht man natürlich auch qualitativ hochwertige Spieler. Und Demirovic ist ein qualitativ hochwertiger Spieler. Same goes for FCA, wenn man sich für Europa qualifiziert. Da reden wir ja auch noch drüber. Da reden wir später auch noch drüber. Genau, Mamouche übrigens interessant. Das wusste ich gar nicht. Er hat auch neben einem ägyptischen Pass, er ist ein Nationalspiel von Ägypten, einen kanadischen Pass. Also hätte auch, was vollkommener Quatsch gewesen wäre, für Kanada spielen können, zusammen mit Alphonso Davies zusammen. Aber gut, zur Niederlage noch. Also ja, die war verdient. Das war gerechtfertigt nach einer sehr starken ersten Hälfte und einer deutlich weniger starken zweiten Hälfte. Vollkommen verdient in der Höhe, weiß ich nicht. 2-1 hätte, glaube ich, auch gereicht. Wenn Fynn Darm bis zum Schluss ein Tor gestanden wäre, wäre sie auch 2-1 ausgegangen. Ja, vielleicht hätten wir auch lieber 1-2 verloren. Wer weiß, wie die Tordifferenz sich am Ende auch noch irgendwie auswirken kann, wenn dann doch alle punktgleich sind auf Platz 7. Aber andererseits, ein Punkt wäre ja auch nicht schlecht gewesen, wenn man den noch irgendwie holt. Ich kann es schon verstehen, dass dann Fynn Dahmen mit nach vorne geht. Wobei, vielleicht hat er mehr seine eigenen Spieler verwirrt, als die Frankfurter. Ja, das ist das Dorf. Also klar, es gibt die Beispiele von Hitz und von Lehmann und ich glaube von dem Leipzig-Torwart, der nicht Gulaschi hieß, sondern der Vorgänger. Und ich glaube auch Kevin Müller von Heidenheim in der 2. Liga. Aber in allerwenigsten Fällen bringt es tatsächlich was, weil du musst ja trotzdem noch absichern. Wobei, das wäre mal wirklich interessant zu wissen, ob tatsächlich, also ich behaupte mal schon, dass es so ist, dass öfter sogar noch ein Vornein Tor fällt, als dass man hinten eins kassiert. Aber es ist reine Vermutung von mir. Du meinst, dass das Ansinnen des Torwarts tatsächlich dann erfolgreich ist, weil der halt auch, sagen wir mal, die gegnerische Abwehrreihe verwirrt sozusagen? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, also müssen wir mal nachschauen in der Statistik, wie oft da was passiert. Ich glaube, dass eher vorne was passiert als hinten. Ja, wobei ich sage, du hast ja nicht wirklich einen Spieler mehr zur Verfügung. Weil, also wenn der Torwart nach vorne geht, dann heißt es ja nicht, okay, jetzt sind wir mit elf Mann im Strafraum, sondern es muss ja trotzdem nur einer für den absichern. Oder halt auch nicht. Und wenn es nicht passiert, dann passiert das, was am Freitagabend in Frankfurt passiert ist. Ja, wobei es ja inzwischen diese ganz vielen Standardtrainer gibt. Und ich glaube, in den seltensten Fällen wird man damit das trainieren, dass der Torhüter auch noch mit vorkommt. Ich glaube schon, dass du allein, weil es einfach was anderes ist, weil du nicht darauf vorbereitet bist, für die Abwehr ein bisschen schwieriger ist. Ja, und meistens sind Torhüter, das würde jetzt meine Argumentation noch teilweise entkräften, ja auch meistens jetzt nicht die 1,70-Dudes, die die 50, 65 Kilo auf die Waage bringen, sondern es sind ja meistens im modernen Futsball eher muskulösere Typen. Aus seiner Futschung. Ja, sowohl offensiv als auch defensiv. Also deswegen, ich habe mir gedacht, komm, bleib hin, das ist doch Quatsch. Also, okay. Ja, aber wenn man noch was Positives ziehen möchte, ich fand es bemerkenswert, mit wie viel Respekt die Frankfurter nach Spielende über den FC Augsburg gesprochen haben. Auch interessant. Also natürlich war es ein Sechs-Punkte-Spiel, weil direkte Nachbarschaft in der Tabelle, klar. Und Platz 6, mega wichtig für Frankfurt auch. Aber ja, schon. Die Zeiten waren vor ein paar Monaten auch noch andere. Sagen wir mal, die FC Augsburg in der Außenwirkung. Und das ist ja auch etwas, wo man sich ab und zu in Augsburg beim FCA auf ein oder zwei Schultern klopfen darf. Kann ich absolut bestätigen. Ich bin dann auch auf dem Heimweg. Ich fahre immer gern mit den Öffentlichen dann zum Stadion und wieder zurück. Und auch in der Straßenbahn war das Thema wirklich, die waren alle heilfroh, die Frankfurter Fans, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, weil die hatten wirklich größte Bedenken, dass der FC Augsburg punktgleich mit ihnen nach diesem Spiel ist. Und auch nach dieser ersten Hälfte. Also da haben einige gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass das Spiel nochmal so eine Wende nimmt. Also deswegen, diesen Status hat sich der FC Augsburg inzwischen wirklich erarbeitet in dieser Saison. Und entsprechend wird er auch wahrgenommen. Ja, gute Sache. Jetzt kommen wir noch zum Spiel, der Mann des Spiels. Da haben wir, wie immer in den letzten Wochen, eine Umfrage in unserem WhatsApp-Kanal, FCA Kompakt heißt der, falls den irgendjemand noch nicht abonniert haben sollte, gestartet und haben gefragt, wer denn bitte euer Spieler des Spiels ist. Und das ist wieder mal sehr eindeutig. Die Schwarmabstimmung hat ergeben, mit weitem, weitem, weitem Abstand. Rupen Vargas war der Spieler des Spiels. Würdest du dich dem anschließen? Kann ich bestätigen. Also ich finde schon, dass er einfach in der ersten Hälfte der Spieler war, der diesem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber hier gesprochen, dass er auf dieser Zehner-Position einfach jetzt so eine Position gefunden hat, auf der er schalten und walten kann und wo er einfach wesentlich wirkungsvoller ist, als er früher auf dem Flügel war. Hat dann auch das Tor nicht zufällig erzielt, sondern war wirklich einer der besten Spieler. Also kann ich absolut bestätigen. Wie gesagt, leider, leider kam der aus einer Verletzung und musste dann nach einer knappen Stunde vom Platz, weil ich glaube, der hätte dem Spiel schon auch noch mal eine andere Wende geben können. Ja, der Rupen Vargas des Frühjahrs 2024 ist halt wirklich einer, der ein Spiel mitgewinnen kann für den FCA. Also der, den geballt ist. Nicht mehr der aus der Nationalmannschaft. Ja, nicht mehr der aus der Nationalmannschaft. Das ist auf einmal wieder schlecht, oder was? Nein, nur, dein Spruch war doch immer, es gibt ja zwei Vargas, den einen in der Nationalmannschaft, den einen beim FCA. Aber inzwischen scheint es wirklich einer zu sein. Genau, inzwischen scheint der schlechte, dumme Bruder irgendwo in der Dominikanischen Republik auf Dauerurlaub zu sein. Das ist sein gegönnt. Nee, also Rupen Vargas ist wirklich ein guter Kicker, der auch mit welchem Selbstbewusstsein der mittlerweile ausgestattet ist. Das ist ja auch einer der Punkte, warum der so performt, dieses Tor. Das machst du ja auch nicht, wenn du gerade aus einer schlechten Phase kommst. Erstmal die Ballannahme, den Ball gleich mit der ersten Bewegung sozusagen gleich sehr geil mitgenommen und dann das Ding auch reingebimmst auf das kurze Torwadeck. Das machst du nicht, wenn du aus einer schlechten psychologischen Phase kommst. Und das zeigt, welcher Spieler der Rupen Vargas sein kann. Insofern, ja, der Kor, Rupen Vargas, Mann des Spiels. Alternative wäre Kevin Babu gewesen, aber auch eine gute Leistung. Genau, Kevin Babu, der, wie ich unter der Woche Schwingungen vernommen habe, gar nicht so sehr ausgeschlossen zu sein scheint, dass er nächste Saison doch noch in Augsburg spielt. Also es gibt zwar keine Kaufoption, aber es gibt Bestätungen, die wohl gar nicht so, also wir vernehmen, so muss man es sagen, glaube ich, wir vernehmen Schwingungen, die gar nicht so negativ sind, dass ein Babu bleiben könnte. Aber da werden wir mal gucken, was da passiert. Das ist ja auch noch ein bisschen leer. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es schon auch ein bisschen davon abhängt, ob der FC Augsburg tatsächlich noch international spielen sollte. Weil das natürlich schon ein zusätzlicher Anreiz sein kann, für einen Spieler dann bei dem Verein zu bleiben, weil er sich dann auch präsentieren kann. Er ist jetzt auch wieder für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden, darf sie jetzt Hoffnungen machen, bei der EM dabei zu sein. Und wenn du natürlich irgendwie die Möglichkeit hast, international zu spielen, dann ist es schon eine Option. Andererseits, durch seine Leistungen macht er sich natürlich auch wieder interessant für andere Vereine, die sicher international spielen. Aber ich glaube, Kevin Babu wäre ein sehr guter Rechtsverteidiger für den FC Augsburg. Wie nach Jahren, in denen die Österreicher dominiert haben im FC Augsburg, sind es jetzt gerade wieder die Schweizer mit dem Babu und Vargas, also was ist dominiert, wo Spieler dieser Nation den spielerischen Ton angeben innerhalb der Truppe. Und da macht ein Babu wirklich einen sehr guten Eindruck. Und Schweizer ist ja auch der Sportdirektor, also vielleicht hat der auch einen sehr guten Zugang zu seinen Spielern. Und der Betreiber der Heinz-Moser-Klinik. Nein, also Heinz-Moser. Heinz-Moser ja auch aus Zürich. Auch. Schweizer, ja. Genau, ne, guter Mann. Was müssen wir noch sagen? Ich fand, zu Jess Torup sollte man noch was verlieren. Wie gesagt, ich habe mich zuerst gebundert wegen der Auswechslung, aber okay, die sind natürlich auf den viertesten Stand einzelner Spieler zurückzuführen. Ich finde diese Dreierkette dauerhaft nicht gut, okay. Aber gut, das sind Coaching-Dinge, die passieren. Oder die kann man sehen oder kann man nicht sehen. Ich fand es aber wirklich sehr, sehr gut stiltechnisch, wie Jess Torup sich nach dem Spiel verhalten hat, als dann Demirovic und Hauve Leo auf den Schiedsrichter zugestürmt sind und ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, dass sie mit einer oder anderen Entscheidung nicht zufrieden waren. Und da gab es ja auch Zeiten oder da hätte es Zeiten gegeben, in denen der jeweilige Trainer des FC Augsburg dazukommt und auch mit Befzgert, wie wir hier sagen. Das hat er nicht getan. Ja, nicht unbedingt der Trainer, auch der Manager, der gerne mal vorstellig geworden ist. Und der Videoanalyst und der zweite Videoanalyst und alles, was da auf der Bank rumhockt. So, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Die werden dann auch noch mit beim Schiedsrichter gestanden. Ja, nee, aber wenn wir jetzt in Stilfragen sind, sehr guter Stil von Jess Torup, der dann nach Spielende auf Demirovic und Hauve Leo zugeht, die ja beide erwiesene Freunde der Schiedsrichterkritik sind. So kann man es glaube ich sagen. Vielleicht hat sich Demirovic Brüder im Geiste, Brüder im Geiste. Vielleicht hat sich Demirovic das ein bisschen anstecken lassen von Hauve Leo mittlerweile. Hauve Leo, der sich immer schon zu einer Disziplin für sich erhoben hat, dem Schiri mal die Meinung zu geigen. Ja, wobei Hauve Leo natürlich auch immer diese Kapitänsbinde, glaube ich, als Vorwand genommen hat, um da dem Schiedsrichter seine Meinung zu sagen. Inzwischen hat er sie nicht mehr. Da muss er sich jetzt tatsächlich ein bisschen zurückhalten, aber manchmal geht es halt noch mit ihm durch. Genau, aber sehr guter Stil, wie gesagt, er ist Torup, ist hingegangen und hat gesagt, ist gut Junge, er wird die Entscheidung, welche auch, die Entscheidung nicht zurücknehmen. Es ist jetzt einfach so, geh weg. Und das... Wirklich, und da muss ich auch sagen, irgendwie allgemein, ich werde jetzt sehr allgemein bei Jes Torup, aber er verkörpert Stil. Also da kann man jetzt sagen, was man will. Das fängt bei den Klamotten an, das fängt bei seiner Art an und das hört jetzt eben beim Umgang mit dem Schiedsrichter auf. Also ich finde, er tut der Bank des FC Augsburg sehr, sehr gut, wie auch Marinko Jurendic. Da herrscht inzwischen ein ganz anderer Ton. Finde ich, das macht den FC Augsburg auch wesentlich sympathischer, als er schon mal war. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in der Außendarstellung. Das ist einfach so. Also ich kann mich noch an, das war letztes Saison, glaube ich, um die Zeit, da hatte ich ein Interview mit Arndt Zeigler, der Werder Bremen Pressesprecher, ich weiß nicht, Werder Bremen Stadionsprecher und ja auch Betreiber der wunderbaren Welt, die seinen Namen trägt. Und der hat mir auch gesagt, naja, beim FCA ist es ihm immer zu viel Krach und zu viel Maulerei, wenn es nicht nach ihrem Sinne läuft. Würde mich interessieren, was er derzeit eigentlich dazu sagt, weil das ist jetzt schon ein anderer FCA-Thema, den man jetzt auch sieht. Und ich finde auch ein FCA-Thema, den man selber als Berichterstatter einfach ein bisschen angenehmer empfindet, als wenn da wirklich der, ja, wie gesagt, also wenn dann der Assistent des Videoanalysten auch noch aufstehen muss und meint, er muss dem Schiedsrichter auch noch sagen, dass das jetzt kein Einwurf war. Das hat es jetzt nicht immer gebraucht. Und da finde ich es gut, dass ein Stil, wie du richtig sagst, in vielerlei Hinsicht da eingezogen ist mit YesToro. Wobei es natürlich jetzt auch leichter ist, einen Stil zu haben oder einen guten Stil zu haben, weil einfach die Situation eine andere ist. Man hat nicht mehr den Druck, gegen abzusteigen zu müssen, sondern man kann jetzt was gewinnen, steht weit oben und damit hätten wir ja auch schon die Brücke eigentlich geschlagen zu einem weiteren Thema. Genau. Zum Vorsitzenden des Pro-Seminars, wie komme ich in den internationalen Wettbewerb? Es gab unter dieser Woche eine Entwicklung, die keiner oder ich für völlig ausgeschlossen gehalten hätte, nämlich, dass Dortmund ins Halbfinale der Champions League einzieht. Und was dann wiederum Fragen wird, was passiert eigentlich, wenn Dortmund die Champions League gewinne und in der Bundesliga auf einem Nicht-Champions-League-Platz landet, zum Beispiel Platz 5. Da hat sich die UEFA klar geäußert und gesagt, ja, selbst wenn ihr, liebe Bundesliga, den Platz 5, zu dem wir auch noch gleich kommen, über die UEFA eine Jahreswertung bekommt und Dortmund ist Fünfter, gewinnt aber die Champions League, hätte sich also rein theoretisch über die Bundesliga nicht qualifiziert, dann gibt es sechs Plätze, nämlich für den Fall, dass wie gesagt Dortmund Fünfter wird und die Champions League gewinnt, das was relativ safe ist mittlerweile, oder safe nicht, aber sehr wahrscheinlich ist, dass die Bundesliga einen fünften Champions-League-Platz bekommt aufgrund dieser Einjahreswertung der UEFA, dadurch, dass jetzt unter der Woche die deutschen Klubs sehr gut performt haben und auch sehr viele englische Klubs rausgeflogen sind. So, und dann kann man in diesem ganz konkreten Fall kämen wir zum Ergebnis, dass die ersten sechs Plätze mit Dortmund auf fünf und wem auch immer auf Platz sechs Champions-League-Plätze wären, Plätze sieben und acht wären Europa League, so den Leverkusen, wovon wir jetzt auch einfach mal ausgehen, den Pokal gewinnt und dann wäre Platz neun sogar noch ein Conference-League-Starter-Platz, was völlig wahnsinnig wäre, aber das ist möglich. Sehr wahrscheinlich ist aber eher, dass es bis Platz acht runtergeht, aber auch das ist schon bemerkenswert genug, finde ich, nämlich dann, wenn eben dieser fünfte Champions-League-Platz kommt, der, da sprechen wir gleich noch kurz im Detail dazu und Leverkusen den Pokal gewinnt, was dann bedeutet, eins plus fünf Champions-League, sechs und sieben sind Europa League und achtes Conference League und bei diesem fünften Champions-League-Platz fehlt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel, oder? Ne, da fehlt tatsächlich gar nicht mehr viel. Es ist erstaunlich, aber dadurch, dass die Engländer uns den Gefallen getan haben, reihenweise auszuscheiden und die Deutschen auch viel selbst dafür getan haben, reichen jetzt im Halbfinale, also wir sprechen hier von der Champions League und von der Europa League mit Leverkusen, Dortmund und Bayern, reichen in Summe eigentlich zwei Siege, um diesen Champions-League-Platz noch zu holen. Und dann wäre es sogar egal, was die Engländer machen, sozusagen. Dann wäre es tatsächlich egal, die könnten das dann nicht mehr aufholen. Genau, also jeder Punkt wird durch die Anzahl der Mannschaften geteilt, um das völlig nochmal komplizierter zu machen, die mitgemacht haben. Das heißt, bei der deutschen Bundesliga müsste man immer alles durch sieben teilen, weil es sieben Vereine waren, die vor Saisonbeginn dabei waren. Bei den Engländern war es acht, das heißt, auch ein Sieg von England ist, was die Punkteanzahl angeht, in dieser Wertung nicht so viel wert, kommt mir nicht so viel auf die Haben-Seite, wie ein Sieg von einer deutschen Mannschaft, weil es eben nur durch sieben geteilt. Und das ist, man muss dazu sagen, das ist jetzt aber der Fall, falls die Engländer nichts mehr holen, falls die Engländer auch alles gewinnen. Also selbst wenn, und dann kommt ja noch dazu, sollten sie nicht alles gewinnen, dann wäre die Voraussetzung noch besser. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich inzwischen sehr, sehr hoch, dass die Bundesliga einen fünften Startplatz bekommt. Genau, und selten waren die Zeiten so günstig, sich international zu qualifizieren, wie jetzt. Und dann wäre man ja eigentlich auch, wie sagt man immer, mit der Drahtbürste gewickelt oder irgendwie sowas. Aber dann wäre man ja eigentlich doch von allen guten Geistern verlassen, wenn man es nicht probieren würde, zumindest international mitzuspielen. Und zu all denen, die jetzt unter der Woche mir gesagt haben, ja, aber hey, dann gibt es ja wieder Probleme, weil Mehrfachbelastung, ja, das stimmt alles, klar. Aber es kann auch sein, dass ohne diese Mehrfachbelastung Probleme auftauchen. Und eigentlich will das doch jeder. Jeder redet doch hier noch von dieser Zeit in der Europa League, wie toll das war. Und ja, das willst du doch. Dafür spielst du als Fußballer Fußball, dafür guckst du als Fan zu, damit du hoffst, dass es möglichst weit drauf geht. Und ja, abgesehen davon kannst du ja auch ein bisschen was verdienen. So ist es ja auch nicht. Also auch in der Europa League zwar nicht so viel wie in der Champions League und in der Conference League nicht so viel wie in der Europa League, aber trotzdem, dafür macht man das Ganze doch eigentlich. Jetzt sind wir noch eine Sache schuldig, nämlich wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann wäre es diesmal Low High von den Black Keys. Die übrigens eine neue, sehr hörenswerte Platte, sagt man das? Weiß ich nicht. Platte, sagt man noch Platte? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. CD ist ja auch nicht mehr. So, hey Kids, die haben einen neuen Skit. Naja, wie auch immer. Die haben was Neues. Es gibt neue Musik von den Black Keys. Das ist von einem alten Album. Heißt Low High, wie gesagt, und beschreibt dieses Spiel sehr treffend, weil erste Halbzeit war High, zweite Halbzeit war Low und in der Summe Low Points, aber trotzdem ein gutes Lied und ein trotzdem, trotz allem, finde ich okayer Auftritt, auch wenn die zweite Halbzeit, wie gesagt, enttäuschend war, das FC Augsburg. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die Programme, die die jeweiligen Vereine noch vor Augen stehen. Frankfurt hat das heftigste Restprogramm eigentlich, das finde ich krass. Die spielen auswärts noch bei Bayern, die spielen zu Hause gegen Leverkusen, die spielen auswärts in Gladbach, das ist, sagen wir mal, das leichtere Spiel und dann zum Schluss noch zu Hause gegen Leipzig. Das heißt, auch wenn sie jetzt sechs Punkte sind, ich würde es nicht völlig ausschließen, dass man da nicht noch mal hinschmecken könnte als FC Augsburg. Allerdings muss man dann selber erst mal die Punkte holen und das ist auch nicht... Ich wollte gerade sagen, also wenn du von Frankfurt von dem heftigen Restprogramm sprichst, ich glaube beim FCA, hu, also da ist es auch nicht unbedingt ohne. Also wenn wir in Bremen das Heimspiel, lassen wir jetzt mal außen vor, aber dann hast du noch Dortmund, Leverkusen und dazwischen noch Stuttgart, also es ist schon heftigst. Ja, wobei aber in Dortmund du immer was geholt hast, gegen Stuttgart eigentlich auch sehr gut, bis auf das Hinspiel dieses Hortes war gar nichts, ausgesehen hast und Leverkusen, naja gut, okay, normalerweise ist da nichts zu holen, aber sagen wir mal, wenn du jetzt einen Sieg gegen Bremen holst, vielleicht ein Punkt in Dortmund, hm, weiß nicht, zu Hause gegen Stuttgart. Aber das Spannende dabei ist ja, es geht ja jetzt nicht irgendwie um einen Platz und so, weil man eben nicht genau weiß, wie es jetzt am Ende der Saison aussieht, lohnt sich ja in jedem Spiel, irgendwie irgendwas mitzunehmen, also vom Tor bis zum Punkt, bis drei Punkte, also das ist ja das Schöne für uns jetzt, wir haben ja da gedacht, oh nein, Klassenerhalt, wird alles langweilig, graue Saison und so, dann läuft so langsam hinten aus, aber nein, es wird nochmal richtig, richtig spannend und interessant und dadurch, dass es eben jetzt irgendwie um sieben, acht, theoretisch sogar Platz neun geht, also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Schlussphase in dieser Saison. mit einem deutlich leichteren Restprogramm, das sollte auch noch erwähnt werden, der Konkurrenten, die hinten dran sind, also Bochum empfängt Hoffenheim, dann spielt Hoffenheim zu Hause gegen Leipzig, dann darf Hoffenheim in Darmstadt und zum Schluss noch gegen Bayern, das ist so ein Medium, aber der SC Freiburg hat es recht günstig erwischt, die spielen am Sonntag, während wir da sprechen, gegen Mainz, da wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist, dann zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Köln, zu Hause gegen Heidenheim und dann in Berlin bei Union Berlin. Das sind jetzt auch keine Pappenheimer, aber man weiß nicht, wie weit es bei Köln am 4. Mai, wenn die Freiburger da antanzen ist, ob da noch, also naja gut, aber das ist eine deutlich leichtere Geschichte, die Freiburg auf der Pfanne hat, das kann man glaube ich sagen. Umso wichtiger jeder Punkt, den du holst, ist immer gut, ist immer gut und in dem Fall natürlich noch guter, noch besser. Noch guter. Noch guterer, ja. Noch guterer. Okay, ja gut, dann war es das für heute wieder, oder? Freuen wir uns auf Bremen. Ja, auf den Traditionsspieltag, sind wir mal gespannt. Traditionsspieltag, Traditionsspieltag mit einem Trikot, das total überraschend weiß und rot-grün Ich finde es aber tatsächlich sehr schön. Nach Streifen ist. Ja, habe ich auch unter den Fans vernommen, als ich im Zug nach Frankfurt saß, dass das viele wirklich sehr, sehr gut finden. Das hast du ja richtig unter das Volk gemischt. Zuerst die Frankfurter, dann die Augsburger. Ja, ich weiß, ich weiß. Du hast deinen Jubiläum Freitagabend gehabt. Was ja eigentlich überhaupt nicht Journalisten-Style ist, weil wir ja immer eine sehr, sehr große Distanz zu anderen Menschen haben. Ja, die würden wir uns wünschen, aber die haben wir ja meistens nicht. Weil die Leute auf uns zukommen und diese Distanz aufheben. Aber okay. Nee, aber ich finde das Trikot sehr schön. Und ich muss sagen, wenn ich mir, sagen wir mal, Trikot-Trainisch was wünschen dürfte, ich finde es gut. Es gibt ja diese Vereine, so wie Arsenal. Da weißt du auch von weit weg, rotes Jersey, weiße Ärmel, das ist Arsenal. Der VfB hat den Brustring. Andere Vereine haben auch ein eindeutig ikonografisches Design. Und eigentlich ist genau das das ikonografische FCA-Design. Weißes Trikot mit diesen grünen und roten Streifen, das senkrecht runtergeht. Das gab es zum Beispiel, weiß ich noch, bei dem Zweidigeraufstieg, dieses legendär schöne Hummeltrikot. Sehr gut. Bis heute eigentlich mein liebstes Trikot. Und gab es ja im Grunde ja wesentlich dieses Jahr auch, nur dass man das halt jetzt diese Streifen in der Mitte und nicht an der Seite hat. Aber irgendwie muss ja doch immer ja was anders sein, weil sonst würden die Leute sich ja das neue Trikot nicht kaufen. Aber dagegen spricht ja jedes VfB- und Arsenal-Trikot zum Beispiel. Die sehen ja wirklich immer gleich, also zumindest das Heimtrikot sieht immer gleich aus. Ja, da gibt es dann bestimmte Applikationen, die dann wieder ganz was anderes verkörpern und so. Also das lässt sich da schon immer was einfallen. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich finde auch, weißes Trikot, die zwei Streifen runter, das finde ich einfach, das ist das schönste Design beim FC Augsburg. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie das Trikot aussieht, das die Fans gestalten durften. Da bin ich auch, ja aber gut, das geht ja alles. Also die Sieben Entwürfe kennen wir ja. Also das geht schon ein bisschen in die Richtung. Also das ist zumindest eines der Trikots, das von vielen genannt worden ist, war ja auch dieses Weiße, nur mit senkrechten Streifen runter. Naja, okay. Werden wir mal gucken, wie schön sich die Trikots machen. Auch sehr feiner Zug übrigens von der WPK, die zugestimmt haben, dass sie ihren weißen Trikotsponsor-Zug auf weißer Unterfläche haben. Also im Grunde haben sie gesagt, nee, müssen wir nicht drauf sein, passt, macht's ja weiß auf weiß, Leute, ist okay. Verwaschen ist weiß auf weiß. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an alle, die uns bewertet haben, an alle, die uns weitersagen, an ihren Freunden, Verwandten, Bekannten, ja, wem auch immer, dass das vielleicht ein hörenswerter Podcast ist. Definitiv finde ich, wenn man über den FC Augsburg informiert sein möchte und wissen möchte, wie denn diese Champions League Qualifikation zustande kommt, das werden wir regelmäßig abfragen im weiteren Pro-Seminaren und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich würde sagen, vielen Dank Yoga. Bitte, bitte. Und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.